Welna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Welna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Welna live. Wahl 2019. Alle Informationen rund um die Nationalratswahl am 29. September. Die Spitzenkandidaten, ihre Strategie, die entscheidenden Themen und alle Hintergründe, die für die Wahl entscheidend sind. Wahl 2019. Nur auf OE24 TV. Ja, Freitagabend. Der Wahlkampf ist geschlagen. Es ist eine dramatische letzte Woche. Und diejenige, die eigentlich am fittersten ist, wer hätte das gedacht? Das ist Pamela Rendi-Wagner. Ich habe das Gefühl, es macht Ihnen noch richtig Spaß in der letzten Woche. Ja, zunächst schönen guten Abend. Ja, ich meine, irgendwie wird man getragen vom Adrenalin, von der Energie. Wahrscheinlich, die man hauptsächlich von den Menschen kriegt, die man trifft. Und man trifft wirklich viel, viel mehr als im normalen Leben, im normalen Alltag. Und das ist beflügelnd. War das ein brutaler Wahlkampf und ist das eine dramatische letzte Woche? Also Picknick war es keins. Das, glaube ich, müssen wir alle, die als Spitzenkandidaten da gerannt sind, mit ihren Teams einfach wirklich so sagen. Ich habe das gezählt. Ich habe über 10.000 Kilometer quer durch Österreich zurückgelegt, in alle neuen Bundesländer dreimal gefahren. Ich habe mehr als 100 Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen besucht. Davon sind auch viele TV-Diskussionen natürlich, wie bei Ihnen zum Beispiel gewesen. Ja, aber ich sage, das gibt auch Energie, weil man weiß, worum es geht. Und ich sage Ihnen, ich höre heute nicht aufzulaufen, weil wir haben hier noch ein paar Stunden und zwei Tage bis zum Schluss. Es zahlt sich aus. Wir wissen, dass die Menschen immer später sich entscheiden und ich höre erst auf zu kämpfen. Viele sagen ja, die Karten werden neu gemischt, weil jetzt natürlich diese Strache-Spesen-Affäre noch unglaublich viel Emotion in diese letzten Wahlkampfstunden bringt. Wie sehen Sie denn diese Strache-Affäre oder diesen Strache-Skandal oder diese Strache-Drama? Naja, das ist ja jetzt nicht die einzige Enthüllung rund um die FPÖ in diesem Wahlkampf, das Spesen-Skandal um den Strache, sondern das hat ja beim Ibiza-Video eigentlich begonnen. Da haben wir das wahre Gesicht der FPÖ quasi dokumentiert auf Videomaterial sehen müssen. Und das war immerhin der Vizekanzler damals. Das war immerhin der FPÖ-Parteichef für 15 Jahre. Das wahre Gesicht jetzt auch im Spesen-Skandal um HC Strache. Und da sage ich auch ein paar Fragen, die sich für mich stellen. Nämlich, wer hat es denn noch gewusst in der FPÖ? War der Strache wirklich der Einzige? Hat er das alles alleine vollzogen? Ich glaube nicht. Also Parteien funktionieren da ja etwas anders. Er war auch langjähriger Vertrauter von Norbert Hofer. Also die Frage ist, hat HC Strache wirklich ein Einzelfall oder hat das System in der FPÖ? Und ehrlich gesagt, wenn wir uns die letzten Regierungsbeteiligungen der FPÖ anschauen, schon in den 2000er Jahren, dann hat doch die damals mit Chaos und Desaster geendet. Und Sie wissen, einige Gerichte sind jetzt noch beschäftigt aus der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ. Also ich glaube, dass ganz große... Die Partei hat sich gespaltet damals. Damals hat sich die Partei gespaltet, aber es hat viele juristische Nachspiele gegeben bis heute. Und jetzt laufen auch wieder juristische Ermittlungen gegen Strache und gegen Gudenus und wen auch immer noch. Also die Frage, kommt da noch was? Bevor ich Sie frage, was Ihr Angebot an die FPÖ-Wähler ist in dieser spannenden Schlussphase, noch kurz zu Ihnen, weil jeder Zuschauer wird sagen, da muss ich Sie aber auch fragen, haben Sie ein Parteigehalt? Haben Sie ein Spesenkonto von der Partei? Nein, ich habe persönlich kein Spesenkonto bei der Partei und ich habe auch nicht so eine Parteikreditkarte, über die ich jetzt irgendwo frei irgendwie einkaufen gehen kann. Nein, über die Güter, die ich im täglichen Alltag für mich brauche, die zahle ich mir selber. Und sind Sie bei der Partei angestellt? Nein. Oder sind Sie... Ich bin Clubobfrau. Als Clubobfrau. Ich bin Clubobfrau über das Parlament. Also kein Parteigehalt. Und habe keine extra Parteigehalt. Und kein Spesenkonto. Und keine extra Spesen, die mir hier über ein Konto... Und wie machen Sie das? Ich habe Sie zum Beispiel in Aussie gesehen, wie Sie da eifrig gespendet haben. Das machen Sie privat oder das refundiert die Partei? Das Dirndl meinen Sie? Also das Dirndl habe ich mir selbst gekauft, wie Sie da dirigiert haben, etc. Also das Dirndl haben Sie sich selbst gekauft? Das Dirndl habe ich mir selbst gekauft und die Spende, das ist so am Land, wenn man dirigiert, gibt man dann allen Musikern ein Geld für ein Bier, das anzapft, das läuft im Rahmen der Wahlkampfkosten. Gut. Liebe Frau Endi-Wagner, jetzt wird es spannend am Schluss. Also die ganzen Umfragen, man sagt, man kann sie jetzt wegwerfen, was Ihnen nämlich auch sehr recht ist, weil durch die Strache-Affäre die Karten neu gemischt werden. Was ist denn Ihr Angebot an FPÖ-Wähler? Weil da sind ja viele dabei, die irgendwann einmal SPÖ gewählt haben, die aber sagen, die SPÖ ist mal in Sicherheitsfragen, Asylfragen, Flüchtlingsfragen zu links. Na ja, wissen Sie, schauen wir genauer hin. Die FPÖ war immer eine Partei, die im Wahlkampf und in Oppositionszeiten sich groß als die Arbeiterpartei, als die Arbeitnehmerpartei hingestellt hat und auf die Brust geklopft hat. Wir sind die Einzigen, die eure Interessen vertreten. Und wie ist es jetzt? Jetzt können Sie die Tasche nicht vollkriegen, selbst durch große Spesen, 2.500 Euro Mietzuschüsse für den Strache, für seine Villa in Klosterneuburg. Ich sage Ihnen, keinen einzigen Antrag hat die FPÖ in der Regierung eingebracht, damit für die Menschen die Miete, das Wohnen leistbarer wird. Sie haben die Arbeitnehmer verraten, so schnell konnte man gar nicht schauen, wie sie in die Regierung gekommen sind, bei der Einführung des 12-Stunden-Tags, bei der Abschaffung des Karfreitags. Ich meine, der Hofer ist Protestant. Da haben sie sich von der ÖVP einfach über den Tisch ziehen lassen oder sogar den Steigbügelhalter gemacht. Das ist ein Verrat an Ihren Wählerinnen und Wählern. Und denen genau möchte ich ein Angebot machen. Für all die, die eine ehrliche Politik wollen, nicht eine Politik der Selbstbedienung, sozusagen, die hier Strache gemacht hat und die FPÖ. Eine ehrliche Politik im Interesse der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer. Und was ist das Angebot? Dass wir gegen eine Selbstbedienungspolitik sind, für eine ehrliche Politik der arbeitenden Menschen. Wir wollen jemanden, der einen Vollzeitjob hat, der muss gut davon leben können. Wir kämpfen, das ist der Unterschied, wir kämpfen für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal ob wir in Opposition sind oder in Regierungsverantwortung. Und wir werden das niemals verkaufen und niemals aufgeben. Und deswegen sind wir das Angebot an die ehrliche Politik wollen im Interesse der arbeitenden Menschen in Österreich. Und in diesem Sinne bitte ich all jene ehemaligen oder FPÖ-Wähler, die hier enttäuscht sind, von diesem Wählerverrat der FPÖ uns zu wählen. Weil wir sind das ehrliche Angebot. Sie haben ja eine Reihe von spannenden Inhalten präsentiert in dem Wahlkampf. Auch diejenigen, die Sie kritisiert haben, billigen Ihnen zu, dass das Programm von Ihnen ein durchaus spannendes ist und eigentlich fast das Konkreteste von allen Parteien, neben den NEOS. Sie haben zum Beispiel bei den Mieten gesagt, Wohnen muss billiger werden. Sie streichen die Maklergebühr und Sie streichen vor allem die Mehrwertsteuer. Genau. Ich war wirklich viel unterwegs. Zehntausend Kilometer, tausende Menschen gesprochen. Und das, was mir die Menschen am meisten gesagt haben, sie arbeiten oft Tag und Nacht und wirklich hart. Und es bleibt ihnen wenig zum Leben. Und das liegt daran, dass die Mieten, das Wohnen immer teurer wird. Und da habe ich gesagt, da können wir doch nicht einfach als Politik wegschauen. Und das, was wir sofort lösen können, ist weg mit der Mietensteuer von 10 Prozent. Damit ersparen sich die Menschen im Jahr eine Monatsmiete. Und nebenbei jemand, der einen Vollzeitjob hat, der soll auch davon gut leben können. Das ist unzumutbar für Minilöhne zu arbeiten. Das ist auch unattraktiv. Und es muss sich Leistung lohnen. Deswegen sage ich 1700 Euro. Und das ohne Steuern. Das heißt, die Menschen sollen dafür auch keine Steuern zahlen, weil sonst bleibt ihnen ja wieder weniger. Also niemand soll weniger als 1700 Euro verdienen. Für einen Vollzeitjob verdienen. Auch keine Billerverkäufer. Nein, gerade. Ich bin gerade dafür, dass Frauen hier nicht weniger verdienen als die Männer für gleichwertige Jobs. Weil auch sie kostet das Leben immer mehr. Gehen Sie in den Supermarkt. Das kostet jedes Monat ein Stück mehr. Die Mieten steigen. Und deswegen sage ich, weg mit der Mietensteuer. Das ist wichtig. Weg ein Mindestlohn zum Leben von 1700 Euro. Das sind 1000 Euro im Jahr, die die Menschen durch diesen steuerfreien Mindestlohn zusätzlich zum Leben haben. Das ist viel Geld für viele Menschen. Was ein bisschen untergegangen ist bei den 1700 Euro, die ja sehr heftig diskutiert werden und die sich jeder gemerkt hat, ist Ihr eigentliches Steuerreformkonzept. Sie haben ja auch ein Steuerreformkonzept. Das haben Sie ja im letzten Jahr mehrfach angesprochen. Wie schaut das aus? Naja, der Hauptbestandteil ist, dass wir sagen, Steuern runter für die Menschen, die tagtäglich arbeiten. Und zwar in der Höhe von 6 Milliarden. 5 Milliarden Entlastung durch die 1700 Euro steuerfrei. Damit bekommen die Menschen am Ende des Jahres 1000 Euro sozusagen mehr zum Leben. Und die Mietensteuer habe ich schon erwähnt. Das ist eine weitere Milliarde Entlastung für alle Menschen. Und eine Milliarde, das ist dann noch der Rest des Steuerkonzeptes, will ich auch in die Wirtschaft investieren. Weil die Wirtschaft soll auch Arbeitsplätze schaffen. Und jene Industrien, jene Betriebe, die investieren in Arbeitsplätze, sollen entlastet werden steuerlich in der Höhe von einer Milliarde. Weil das nützt uns allen. Wenn die Wirtschaft Arbeitsplätze schafft, gibt es weniger Arbeitslosigkeit. Und davon profitieren natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dann haben Sie eine Bildungsansage gemacht, mehr Ganztagsschulen. Wo soll das Geld herkommen? Das kostet natürlich ein Vermögen. Und wir sind von einem flächendeckenden Konzept für integrierte Ganztagsschulen, also wo man auch Sport betreiben kann, die nicht ausschauen wie eine Kaserne, noch relativ weit entfernt. Da haben wir ja eigentlich ein fertiges Finanzierungskonzept, das noch auf den Christian Kern zurückgeht. Der damals mit den Banken, mit den großen Banken unseres Landes am Tisch gesessen ist und gesagt hat, wir haben euch in der Banken- und Finanzkrise sozusagen den Kopf gerettet, der Staat, damit die Banken nicht pleite gehen. Sie wissen, das war damals ein Riesenthema. Damals hat der Staat gesagt, wir lassen euch nicht im Stich, haben die Banken gerettet. Und dann hat der Christian Kern, damals Bundeskanzler, zu den Banken gesagt, aber im Umkehrschluss müsst ihr jetzt der Gesellschaft auch was zurückgeben für das, was wir euch gegeben haben damals in der Krise. Und er hat die sogenannte Bankenmilliarde mit den Banken vereinbart und hat gesagt, ich will, dass diese Bankenmilliarde in den Ausbau der Ganztagsschulen in Österreich fließt. Und gibt es diese Bankenmilliarde derzeit oder gibt es die nicht? Die gibt es, die war vorgesehen bis 2023 dann jährlich für den Ausbau zu investieren. Und ich sage Ihnen, wissen Sie, was Türkis Blau gemacht hat? Sie haben den Zeitraum für diese Bankenmilliarde mehr als doppelt so lang gestreckt. Damit bleibt viel weniger als die Hälfte pro Jahr über für den Ausbau der Ganztagsschulen. Übrigens im ÖVP-Wahlprogramm findet sich das Wort Ganztagsschule kein einziges Mal. Ja, weil es ja angeblich viele Bürgermeister gibt, die das gar nicht wollen, sagt die ÖVP. Ja, aber schauen Sie, ich weiß, dass die Menschen es wollen, ich weiß, dass die Kinder es brauchen, weil wir wissen, dass die Ganztagsschule den schulischen Erfolg der Kinder extrem verbessert. Und wir haben derzeit schlechte Bildungsstandards im Vergleich zu Schweden, Finnland, die in den PISA-Tests immer viel besser abschneiden. Wenn wir in der Zukunft ein starkes Österreich wollen, dann müssen wir in die Bildung unserer Kinder investieren. Und da braucht es die ganztägige Schulbetreuung genauso wie den ganztägigen Kindergarten. Das wollte ich gerade sagen. Und dann wollen Sie den Kindergarten, wenn ich es richtig, den Wahlkampf verstanden habe, ab dem ersten Jahr, also ab dem ersten vollen Jahr und ein zweites Jahr gratis. Habe ich das richtig verstanden? Derzeit haben wir ein gratis Kindergartenjahr. Ich will ein zweites gratis Kindergartenjahr, weil alle Studien sagen, die Kinder profitieren von diesem gratis Kindergartenjahr, weil die Kinder besser Deutsch können, wenn sie in die Schule dann mit sechs Jahren kommen, weil sie sozialfähiger sind, in Gruppen miteinander umzugehen. Das ist wichtig, wenn man in einer Gesellschaft friedlich leben will. Und weil sie, und das habe ich mir als Gesundheitsexpertin damals noch angeschaut, sie werden gesünder. Sie wachsen gesünder auf, weil der Kindergarten auch auf die Gesundheitskompetenz der Kinder... Und schon ab dem ersten Jahr ein Kindergarten für alle Kinder. Ich finde, dass alle Familien, die Kinder haben, einen Rechtsanspruch haben, auf einen ganztägigen Kindergartenplatz in ganz Österreich, nicht nur in Wien. Weil Wien hat fast ein flächendeckendes Angebot an ganztägiger gratis, das ist überhaupt das Beste, Kindergartenbetreuung. Ich war in Österreich unterwegs und da gab es viele Frauen, viele Familien, die gesagt haben, unser Kindergarten sperrt um 13 Uhr, wie soll ich ganztägig arbeiten gehen, sagen mir vor allem die Frauen. Und das will ich nicht, ich will, dass Frauen die Möglichkeit haben zu wählen. Wollen wir beim Kind zu Hause sein oder will ich ganztägig arbeiten gehen, so wie ich das tue, wie viele andere Frauen das tun. Und dazu braucht es flächendeckend ganztägige Kindergartenangebote. Gut, das war die erste Runde, kurze Werbepause. Dann wird es fast sentimental, weil dann kommt das letzte Interview in diesem Wahlkampf nämlich an. Aber danach werden wir uns doch auch noch sehen. Genau, hoffentlich. In diesem Sinn, kurze Werbepause, dann geht es um Umwelt und um die Frage, ob wir die Frau Rendi-Wagner bei weiteren Interviews als Vizekanzlerin sehen. Wir sind gleich wieder da. Vellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Wahl 2019. Alle Informationen rund um die Nationalratswahl am 29. September. Die Spitzenkandidaten, ihre Strategie, die entscheidenden Themen und alle Hintergründe, die für die Wahl entscheidend sind. Wahl 2019. Nun auf OE24 TV. Ja, jetzt wird es fast sentimental, denn das ist jetzt definitiv die letzte Interviewrunde mit Pamela Rendi-Wagner vor dem Wahltag. Nach einem unglaublich kräftezehrenden Wahlkampf, der war ja fast vier Monate lang, wenn man vom Ibiza-Video abrechnet, hat sich das ja elendlang gezogen. War teilweise sehr untergriffig, wahnsinnig anstrengend, irrsinnig viele TV-Duelle. Also zwei liegen ja auf der Matte, der Herr Hofer und die Frau Meindl-Reisinger, derzeit, weil sie im Schlussfinale noch Fieber erwischt haben. Aber sie sind fit. Und es hat Spaß gemacht letztendlich. Das war eine, oder das ist noch immer eine großartige Erfahrung und vor allem nicht nur politischer Natur, sondern menschlicher Natur. Man kommt in Regionen Österreichs, die man in der Form so intensiv noch nicht erfahren hatte. Man lernt Sportarten kennen, wie Plattenwerfen in St. Johann im Bongo, von denen ich vorher noch nichts gehört habe. Und vor allem lernt man Menschen kennen in der Obersteiermark, im Südburgenland, im Müllviertel, die man auch nicht jeden Tag trifft, wenn man vor allem in Wien lebt. Und das ist bereichernd. Und ich finde, es muss jeder Politiker regelmäßig, nicht nur im Wahlkampf zu den Wählerinnen und Wählern, weil wir müssen genau für die Wählerinnen und Wähler Politik machen. Wir müssen ihre Probleme lösen. Deswegen müssen wir zuhören, rausgehen. Und eigentlich ist es schade, dass das nur so intensiv im Wahlkampf passiert. Wie schauen Sie denn nach vor jetzt auf diesen Sonntag, 17 Uhr? Mit Angst, weil Sie Angst haben, es könnte eine auf den Deckel geben, wie der Spiegel behauptet. Oder mit Zuversicht, weil Sie sagen, da werden jetzt die Karten eh neu gemischt. Da kommt jetzt eine Dynamik in der letzten Woche. Und Sie werden Ihrer Meinung nach besser abschneiden als in den Umfragen. Herr Fellner, Sie wissen, wir haben gestartet als SPÖ in diesem Wahlkampf mit wirklich einer schwierigen Ausgangssituation. Da waren die Prognosen, die Kommentare mehr als schwierig auch und haben uns da gar nichts Gutes prophezeit. Jetzt sind achteinhalb Wochen seitdem vergangen. Und ich nehme da mit, eine positive Dynamik. Erstens, was die Menschen mir an wachsenden Zuspruch in den persönlichen Gesprächen wiedergeben. 14.000 Menschen haben sich bei mir und bei der SPÖ gemeldet, dass sie freiwillig mitarbeiten wollen, um für uns zu kämpfen in diesem Wahlkampf, für eine bessere, fairere Zukunft. Sie wollen eine Politik, die nicht über die Menschen drüber fährt, die das Land nicht spaltet. Und genau um das geht es mir auch. Das war eine schwierige Aufgabe, vor der wir gestanden sind. Das heißt, Sie werden gut mobilisieren, Ihrer Meinung nach, am Sonntag. Und wir haben es geschafft, enorm zu mobilisieren. Allein in den letzten Tagen und Wochen ist uns das gelungen. Und wir wissen, dass die Menschen sich oft ganz knapp vor der Wahlkabine oder oft in der Wahlkabine entscheiden, wie sie wählen. Das heißt, ich werde kämpfen bis zur letzten Minute am Sonntag, kurz vor 17 Uhr, wenn die Wahllokale schließen. Jetzt sind Sie ja, und das haben sehr viele, vor allem auf der SPÖ-Basis gut gefunden, wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt. Sie haben also einerseits sehr viel soziale Gerechtigkeit in diesem Wahlkampf sehr konkret gefordert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Mieten, 1700 Euro, Frauengleichstellung etc. Aber auch sich sehr in der Umweltfrage engagiert. Da schlagen Sie ja ein Öffi-Ticket vor. Einen Euro, also praktisch die Wiener Lösung, einen Euro pro Tag für ein Bundesland, drei Euro überhaupt für ganz Österreich. Da kann man dann um drei Euro nach Salzburg fahren. Zum Beispiel. Sie können um drei Euro am Tag durch ganz Österreich fahren. Sie können die U-Bahn in Wien genauso benutzen wie den Railjet nach Bregenz. Und das alles in einem Ticket, dass man irgendwie ein Check-Karte hat. Weil ich glaube, wenn wir die Klimakrise gemeinsam, positiv, gemeinsam bewältigen wollen, und das müssen wir, weil wir haben keine andere Wahl. Heute ist Fridays-for-Future-Demo wieder auf der Straße von vielen Kindern und Jugendlichen. Meine Tochter geht auch mit. Also die kämpft da auch um ihre eigene Zukunft und ich an ihrer Seite übrigens. Dass wir sagen, wir müssen es positiv gestalten und alle mitnehmen. Und da muss ich Angebote an die Menschen machen. Das heißt, zuerst ausbauen den öffentlichen Verkehr und leistbare Tickets. Und dann, sage ich Ihnen, werden die Leute überhaupt nicht mehr überlegen, ob sie das Auto nehmen oder die Bahn oder die U-Bahn oder das Fahrrad vielleicht, weil es muss attraktiver sein. Und wenn es attraktiv ist, wenn es leicht und günstig ist, dann werden die Menschen das selbst benutzen. Da muss ich Ihnen keine Vorschriften machen und keine Steuern aufs Auge drücken. Also in der Regierung wird dieses Öffi-Ticket kommen, das es ja in Wien und ansatzweise auch in Tirol schon gibt. Das soll dann für ganz Österreich kommen. Und Sie wissen aber, dass das ein Vermögen kostet, nicht? Es gibt Menschen, die behaupten, wenn das so intensiv genützt wird wie in Wien, wo ja enorm viele Leute jetzt diese Jahreskarte haben, dann kann das bis zu zwei Milliarden kosten. Wir wissen, dass in Wien eine positive Maßnahme vor, glaube ich, mehr als zehn Jahren schon war, dieses Öffi-Ticket einzuführen. Und dass fast die Hälfte der Wienerinnen und der Wiener tagtäglich nur mehr öffentlich fahren und das Auto stehen lassen. Und dort müssen wir hin, auch in ganz Österreich. Dann werden wir es schaffen, die CO2-Ausstöße in Österreich entsprechend zu reduzieren. Das heißt, Wien muss hier Vorbild für ganz Österreich werden. Und in der Schweiz ist das übrigens seit vielen Jahren der Fall. Da fährt kaum mehr wer, kein Geschäftsmann, aber auch kein Pendler mehr mit dem Auto. Und da stören Sie die zwei Milliarden, die das kostet, nicht? Wissen Sie, was mich stört? Die Untätigkeit der letzten Regierung. Die haben nichts in den Umweltschutz, nichts in den Klimaschutz gesteckt. Und jetzt drohen uns über sechs Milliarden Strafzahlungen. Also erstens, ich will nicht sechs Milliarden Strafzahlungen leisten. Ich will einen Planeten, auf dem meine zwei Töchter und deren Kinder noch ein gutes Leben führen können. Das bin ich ihnen schuldig. Das sind wir alle unseren Kindern schuldig. Und deswegen gibt es keine andere Wahl, als zu sagen, arbeiten wir zusammen, Schulter an Schulter. Und da müssen wir investieren. Und im Übrigen habe ich gesagt, ich will eine Millionärsabgabe, eine Millionärserbschaftsteuer ab einer Million für Vermögen, die mehr als eine Million sind. Und davon eine Milliarde, die hereinkommt, in den Klimaschutz stecken. Und das kann man sehr gut in das Öffeticket stecken und in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist notwendig und ich glaube, wir müssen endlich handeln und nicht mehr reden. Und jetzt die spannende Frage am Schluss, am Schluss, vom Schluss, vom Schluss dieses Wahlkampfes. Werden Sie das umsetzen können, nicht? Weil das sind tolle, sehr konkrete Ankündigungen, die aber natürlich nur gut sind, wenn Sie es auch umsetzen. Und jetzt haben Sie ja nämlich ein Hauptziel, Sie wollen unbedingt Türkisblau verhindern. Richtig? Das darf nicht mehr kommen, Ihrer Meinung nach. Wir müssen endlich einen Schlussstrich ziehen unter den Erfahrungen der letzten 18 Monate. Das war eine Politik, die unser Land gespalten hat, die Gruppen gegeneinander aufgehetzt haben. Sie wissen, dass in Bundesländern Wien gegen andere Bundesländer aufgehetzt wurden, Arbeitslose gegen arbeitende Menschen, Evangelien gegen Katholen. Nein, das will ich nicht. Das tut dem Land nicht gut und wir müssen wieder zusammenhalten. Wir müssen die Gräben schließen. Gehen wir aufeinander zu und machen wir es gemeinsam. Und da braucht es eine Politik ohne der FPÖ, keine Fortsetzung der Ibiza-Koalition. Da sind Sie ja vielleicht nah dran, weil Ihr lieber Sebastian, wie Sie ihn ja mehrfach genannt haben, glaube ich, er selber am Zweifeln ist und ja auch von mir in der Bartherapie mit Norbert Hofer nicht zu bewegen war, auch nur ansatzweise dieser Koalition zuzustimmen. Also Sie wären ja knapp dran. Dann muss sich halt nur ein anderer Partner finden. Das könnten theoretisch die Grünen sein. Das können aber genauso gut sie sein. Sind Sie eigentlich bereit, in eine Regierung zu gehen, auch als Zweiter, auch als Vizekanzlerin? Also ich sage jetzt weder Erster, Zweiter oder sonst was, weil ich glaube, das hängt ja davon ab, wie das Wahlergebnis am Sonntag ausgeht. Und die Wählerinnen und Wähler brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Frage ist, gehen Sie auch als Zweiter, als Vizekanzlerin in eine Koalition mit Türkis, mit Kurz? Ja, das hängt ja von einer wichtigen Sache ab. Das hängt ja davon ab, egal mit welcher Konstellation oder politischen Partnerschaft man nach den Wahlen ist, ob jetzt mit Kurz, mit irgendwelchen anderen Parteien. Es ist wichtig, was am Ende für Österreich für die nächsten fünf Jahre für ein Programm erstellt wird. Es ist gar nicht wichtig, ob das jetzt die Farbe mit der Farbe ist, sondern ist es ein Programm, das Österreich für die nächsten fünf Jahre stark macht. Im sozialen Sinn, im wirtschaftlichen Sinn und vor allem auch im ökologischen Sinn. Dort müssen wir hin. Und ich habe immer eine Partei ausgeschlossen. Sie wissen es, die freiheitliche Partei, die kommt für mich als Partner nicht in Frage. Da bin ich ganz klar in der Ansage. Und die Sozialdemokratie war immer und ist immer eine Partei, die einen Gestaltungsanspruch hat. Weil wir wissen, dass es eine starke Stimme für die Arbeitnehmer, für die Kinder, für die Frauen in Österreich braucht. Jetzt muss man natürlich sagen, wie mobilisieren Sie jetzt Ihre Basis, zum Beispiel Ihre Wiener Basis am Sonntag? Weil es ja viele gibt, die sagen, der Kanzler geht sie nicht aus, das sind elf Prozent. Aber ich nehme an, genauso wichtig ist ja für Sie, dass Sie möglichst viele Prozent kriegen, ein möglichst gutes Ergebnis, damit Sie eben dann als gestärkter Zweiter zum Beispiel in so eine Koalitionsverhandlung gehen können, oder? Die Sozialdemokratie zieht immer auf den ersten Platz. Das muss ich Ihnen sagen. Das Ziel ist der erste Platz. Pragmatisch, politisch gesehen ist das Ziel natürlich die Verhinderung der Fortsetzung der Ibiza-Koalition. Also auf jeden Fall vor der FPÖ sein, nicht? Und ich möchte auch allen Wählerinnen und Wählern sagen, die keine Fortsetzung dieser unsäglichen Politik der Spaltung und der Hetze der letzten 18 Monate wollen, die Schwarz-Blau-Zwei nach dem 29. nicht mehr wollen, dass sie uns als Sozialdemokratie hier stärken, dass sie mich stärken, um das in Österreich zu verhindern. Das ist ja die spannende Frage. Wenn ich also ein Linkswähler bin, dann kann ich meine Stimme den Grünen geben, um Türkis-Grün zu haben als Koalition, oder ich gebe es der SPÖ, um Türkis-Rot zu haben als Koalition. Was ist das Spannende an Türkis-Rot? Was bringen Sie da auf die Waagschale, was die Grünen nicht schaffen? Was ist besser an der SPÖ als an den Grünen? Aber Sie nehmen ja jetzt schon vorweg, dass es Türkis-Rot und nicht Rot-Türkis heißen kann oder Rot-Grün-Pink heißen kann. Also es gibt ja vielleicht auch ein paar Fantasten, die glauben, dass es Grün-Türkis heißen kann, dass es einen Grünen-Kanzler gibt. Aber was ist der Unterschied, warum soll man Rot wählen und nicht Grün? Ich glaube, weil, das ist die berechtigte Frage. Eine Frage, die sich ganz viele jetzt stellen heute Abend. Weil die Sozialdemokratie das Grün-Thema und den Kampf gegen die Klimakrise absolut hochrangig auf ihrer politischen Agenda als soziales Thema erkannt hat und ernst nimmt. Und ich werde mich vor der Wahl als auch nach der Wahl dafür einsetzen, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise gemeinsam gewinnen. Aber nicht auf den Rücken der Pendlerinnen und der Pendler mit einem sozialen Gewissen. Und weil die Sozialdemokratie eines mitbringt, nämlich sie bringt eine soziale Kompetenz mit in den allen sozialen Fragen. Das sind die Fragen der Arbeitnehmerrechte. Das sind die Frage der Frauenrechte. Das sind die gesundheitspolitischen Kompetenzen. Da hat die Sozialdemokratie seit 130 Jahren sozusagen den USB oder sagen wir die Glaubwürdigkeit und das Können dafür zu stehen. Da kennen wir uns aus. Ich bin Ärztin, ich stehe voll dafür. Und die Grünen, ja, die haben ihren Bereich im Bereich der Umwelt- und Grünpolitik, zweifelsohne. Aber unser Angebot ist eines, das umfassend ist und sozusagen das gesamte Spektrum des Lebens der Menschen, aller Bedürfnisse, die die Menschen haben, von der Gesundheit angefangen über das leistbare Wohnen bis zu fairen Löhnen und faire Arbeitnehmerinnenrechte, Frauenrechte, all das mitnimmt. Weil ich glaube, es braucht eine Politik, die nicht nur auf einer Klimapolitik beruht, weil wir brauchen natürlich einen gesunden Einklang auch im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Arbeitnehmerpolitik, der Fernlöhne. Wir können das ja nicht vergessen. Und damit die Schlussfolge, wenn Sie das alles in einem Regierungsprogramm unterbringen würden, dann wären Sie auch bereit, in eine Koalition zu gehen. Es muss ein Regierungsprogramm sein mit einer sozialen Handschrift. Es muss ein Regierungsprogramm sein für ein starkes Österreich im sozialen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne und im ökologischen Sinn. Und wenn das gegeben ist, dann ist es aus meiner Sicht ein gutes Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Gut. Danke, Pamela Rendi-Wagner. Das war das Finale. Das war der letzte Countdown. Jetzt müssen wir fast weinen. Könnte man sagen. Wir sehen uns ohnehin bereits am Wahlabend zu einer Bilanz. Sie kämpfen noch, ich moderiere noch, aber am Sonntag um 1945 sehen wir uns beide mit heiserer Stimme wieder. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Es geht gleich weiter mit dem nächsten spannenden Interview.